Es gibt nicht mehr viele Werbespots, in denen nicht irgendwann Dieter Bohlen auftritt, geistig entstellt in die Kamera grinst und irgendein Produkt anpreist, das man bislang eigentlich ganz sympathisch fand. Wie es auch anders gehen kann, zeigt ein neuer Spot für ein großes deutsches Unternehmen, der den Freitagnacht-News exklusiv vorlegt. Garantiert ohne Bohlen. Entschuldigung, ich hab da mal ne Frage. Kennen Sie vielleicht einen guten Zahnarzt? Gelbe Saiten machen das Leben leichter.